Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 873 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich arbeite gerne in der telefonischen Kundenberatung, weil die meisten Kunden sehr nett sind. Ich arbeite gerne in der telefonischen Kundenberatung, weil die meisten Kunden sehr nett sind. Möchtest du auch Kokosmilch trinken? Du kannst meinen Strohhalm benutzen. Möchtest du auch Kokosmilch trinken? Du kannst meinen Strohhalm benutzen. Möchtest du auch Kokosmilch trinken? Du kannst meinen Strohhalm benutzen. Ich beobachte den Sonnenaufgang von meinem Balkon aus. Ich beobachte den Sonnenaufgang von meinem Balkon aus. Hast du einen kleineren Hut für mich? Ein runder Tisch und vier weiße Stühle stehen vor einem roten Vorhang auf der Bühne. Ein runder Tisch und vier weiße Stühle stehen vor einem roten Vorhang auf der Bühne. Meine Schulferien verbringe ich bei meiner Oma. Meine Schulferien verbringe ich bei meiner Oma. Ich sauge den Boden zweimal am Tag. Ich sauge den Boden zweimal am Tag. Dieser Vogel gehört zur Vogelwelt der Verröer Inseln. Ich kenne seinen Namen nicht. Die Strohballen liegen auf dem Feld. Die Strohballen liegen auf dem Feld. Die Tasche ist zu schwer für dich. Die Tasche ist zu schwer für dich. Ich helfe dir beim Tragen. Die Tasche ist zu schwer für dich. Ich helfe dir beim Tragen. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wir feiern gemeinsam unsere Erfolge und sind stolz auf das Erreichte. Wir feiern gemeinsam unsere Erfolge und sind stolz auf das Erreichte. Im heutigen Podcast geht es um das einfache Lernen von Sprachen durch Videos. Im heutigen Podcast geht es um das einfache Lernen von Sprachen durch Videos. Es ist Pflicht, einen Erste-Hilfe-Kasten und Schutzmasken im Auto zu haben. Drei Mäuse teilen sich ein Stück Käse. Drei Mäuse teilen sich ein Stück Käse. Komm in meine Arme. Ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Ich bin viereinhalb Jahre alt. Ich werde bald fünf. Ich bin viereinhalb Jahre alt. Ich werde bald fünf. Ich bin viereinhalb Jahre alt. Ich werde bald fünf. In Deutschland werden jährlich fast zwei Millionen Einkäufe per Kreditkarte bezahlt. In Deutschland werden jährlich fast zwei Millionen Einkäufe per Kreditkarte bezahlt. An der Wand hängt ein Gerät zur Messung des Luftdrucks von Reifen. Hat dieser Lippenstift die richtige Farbe? Hat dieser Lippenstift die richtige Farbe? Über dem Projekt hängt eine dunkle Wolke. Wir müssen alles noch einmal überarbeiten. Über dem Projekt hängt eine dunkle Wolke. Wir müssen alles noch einmal überarbeiten. Wir sind zu dritt, aber leider passt der Teddybär nicht mehr in unser Zelt, weil er so groß ist. Julia hat mir einen interessanten Link geschickt. Julia hat mir einen interessanten Link geschickt. Julia hat mir einen interessanten Link geschickt. Zwei Kinder in Badezeug spielen an einem heißen sonnigen Sommertag an einem Fluss in der Nähe des Wassers. Zwei Kinder in Badezeug spielen an einem heißen Sonnigen Sommertag an einem Fluss in der Nähe des Wassers. Vielleicht kann ich am Strand besser lernen als in meiner kleinen Wohnung. Vielleicht kann ich am Strand besser lernen als in meiner kleinen Wohnung. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns bitte ein Like. abonniere. Abonnieren Tag.